Musik 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 Assalamualaikum, I'm Hasan Reddha, I'm I'm hoping you're good. Viewers, I'm in NotTown Residency Phase I, in Gold Block. I've made many videos on this, which you've seen. You've seen a ground, this is a football ground, which is in Gold Block. Viewers, NotTown Residency Phase I, which are made of parks, and the work of development, all have reached its peak and the beauty of beauty. GFS Builders has always kept its beauty in its own projects. One example, you can see me behind it. Irfan Vahid's picture, which is a living example. It's a beautiful art. It's not just that Irfan Vahid's picture is made very beautiful, but you can see that it's a beautiful view of the ground, which is a beautiful artist. When it was made, we had some short ones for you. And you'll see that in the video, you'll see how it was done. And today, this is a beautiful place. The football ground is NotTown Residency Phase I, in the Gold Block. And when it's complete, this will become a very beautiful ground. Which is an example, NotTown Residency Phase I, GFS Builders has always tried to do some work on its own work. So we can see that work on its own work. We can see that work on the GFS Builders and Developers. If it's the same work on the GFS Builders and Developers, if it's possible to do some work on its own work, then it could be a little artist. But this artist has worked on its own work. And it has very beautiful, 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 beautiful centuries. It has been to its own work. Which is available to the Titanium Block, which is a small part of NotTown Residency Phase I, which is along the 3rd, 4rd road. weiter geht es auch sehr schönes wall painting weiter geht es ich möchte euch mit dem ich kenne Notown Residencies Phase 1 JFS Builders hat mit kleinen 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 einen 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 ein kompromise hat und es ist ein sehr schönes Job, die in den Gronn, die wir in den Videobeschreibungen haben, die wir in den Videobeschreibungen haben, haben wir sehr gut gemacht. Außerdem sind die Lichter und die Polen. Und wie viel die Erfahan-Wahit der Erfahan-Wahit ist, die Erfahan-Wahit ist, hat sich in der Erfahan-Wahit geführt. Das ist das Stil von Rufan Waihe. Er ist sehr glücklich und sehr glücklich. Der Artiste hat diesen Stil gebildet. Wir gehen weiter mit Titanium Block. Wir gehen weiter mit Titanium Block. Heute ist es mir zu sein. Herr, ich bin in Titanium Block. Das ist ein Teil der Not-Town Residenz-Phase I. Das ist ein glückliches Boundary Wall. Das ist ein Teil der Society. Das ist ein Teil der Society. Wir werden in Titanium Block. Wir werden in die nächsten Zeit ein Video machen. Ich habe die Artiste gesehen, war sehr glücklich. Das ist ein sehr glückliches Arte. Er hat sich die Artiste gemacht. Er hat hier auch eine sehr schöne Arbeit gemacht. Er hat hier auch eine Artiste gemacht. Er hat sich auf die Welt gebildet. Er hat sich hier verletzt. Er hat sich eine sehr glückliches Arte. Er hat sich eine glückliches Arte zu sehen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.